in der halbzeit ansprache jetzt hier die richtigen worte damit wir besser in die zweiten 45 minuten starten jetzt bin ich mal gespannt welche wort das sein sollen so liebe leute geht raus und schießen tor astrein hätte ich nicht besser gemacht ja ich weiß das ist so ein verstecktes talent kurio kurio ok das fand es nicht brutal ey und das das gab keine karte und würde mich halt auch freuen die dann als neuen verein bei uns begrüßen zu dürfen und jetzt die erste chance und da ist die führung latte und 2 zu 0 gut gespielt aufgrund dieser diagnose dann leider ihre karriere beenden mussten knoppelschaden ist einfach richtig scheiße schalke wieder über die rechte seite gut gemacht und da ist nur die latte alter ja aber der ist dann drin oder und dann natürlich so ein fernschuss gute ecke joo standard tor komm es an den pfosten komm es setzt sich jetzt auch mal durch komm es mit der führung müssen nun mehr investieren gut abgefangen burg stahl leer mit dem ausgleich das geht doch komm es joo das gibt's doch nicht doppelpack ja komm es den darf man nicht schießen lassen das ist wirklich seine stärke und kopfball oh ja mucke der will unbedingt diese aluminium statistik gewinnen sancho der geht ja auch und da pfosten was gibt's doch wie ich hier den ball noch stoppe joo und jetzt macht er den rein im dritten anlauf klappt es dann oh 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 ja sehr schöner abschluss von packung boah geht doch oh die laney zack ja der trifft der trifft der muss das ja herbeisch rein nein oh brand ei 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 ne riesenmöglichkeit und jetzt die chance für die berliner und die nutzen sie jawolle ah das war gut gut bailey ne komm ne 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 ich hör auf ne ich find das nicht mehr lustig nächster fehler nächste chance eggestein der war doch nicht mit pfosten ne 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 oder da klang das nur so doch ja doch Klaassen mal zurück und da ist das 2 zu 0 das ist so nicht mehr normal schau hin jetzt Kontermöglichkeit vorstehen nachschuss ach kannst du nicht mal viel risiko jetzt eingegangen in diesen diese offensiv aktion pavlenker kommt nicht mehr rechtzeitig hin das wird gleich bestraft abschlüsse der nürnberger noch zu harmlos aber sie machen wirklich dampf und da ist es jeder lächerliche schuss ist drin von dir ja und dein erster schuss ist drin glückstreffer oh riesenschance hier nochmal und da ist es wieder gut in die zweiten 45 minuten hier gestartet Ischak schöner pass Ischak mit der chance oh das lass ich mir heute nicht nehmen ja und da ist der deckel denke ich mal jetzt schon drauf was für ein begin na freiburg mit dem dritten oder vierten abschluss auch nochmal gefährlich also doch noch nicht abschenken boah und der ist drin da ist das standardtor was für eins jetzt weißt du jetzt wo das spieltag vorbei ist jetzt hat er bei geleckt ach das war gemein das stimmt riesenmöglichkeit jetzt für hoffenheim ja super super eiskalt ausgenutzt jetzt ist es besser ja jetzt ist endlich das nächste Eckballtor fällig ja ich sollte lieber bei Lara Croft bleiben und Tomb Raider spielen oh oh ja genau ja ne komm das ist doch gewinn ich schwöre ich will auf YouTube voll die Lachnummer ey das ist ja ekelhaft kurioser Bruder 4-1 doch noch geschafft jo jo ja schöner Beginn ne garantiert nicht ja das sehen alle auch so da war nix Ja, da war auch nix. Ja, richtig so. Kommt, holt euch jetzt mal den Ball. Oh, da ist er endlich drin. Ich glaube, ich träume. Feenburgerson. Ja, das war gut. Ich glaube, ich träume. Ich träume. Da kann man nicht immer in den Zweikampf rein. Yo. Süsse, natürlich, das ist alles Behinderung. Das ist das... Ja, genau. Ich darf er nicht gewinnen. Das ist ja verboten hier. Latte. Schön. Und Tor. Latte. Zweimal die Latte hier. Jo. Wir können jetzt auf ein Tor machen. Jetzt war ohne Scheiß. Ja. Je, je, je. So, du machst aus jeder scheiße Ecke, wo du frei schließt ein Tor, das ist Wahnsinn. Ok, das fand's nämlich brutal, das ist ja fast bis zur Mittellinie geflogen, ey, das gab keine Karte, so, Bebu, Juhuuu! Und fettig. Fast den Tor, Müller! Zweite Halbzeit, drei Buden kassiert, das gibt's doch nicht. Kommt Leute, jetzt. Jo! Ja, da fällt er wieder. Ne, Abseits, Abseits, ja, das zählt eh nicht. Denn die Latte zählt schon, der Titel ist meiner, so. So, wegen Abseits. Ist doch kein Abseits, da stand doch gar kein Strich. Wegen Abseits zählt natürlich der Latentreffer auch nicht. Bäm! Aber Hannover bleibt im Ballbesitz. Und daraus wussten sie zuletzt wirklich was zu machen! Ich darf, ich darf die Spieler nicht wechseln. Also Hannover verabschiedet sich hier wirklich vernünftig. Ich darf nicht nur mit der Lupe. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.